Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute wieder aus der Hansestadt Rostock. Sie sehen es an diesem fantastischen Panorama hoch über der Warnow. Wir sind im Hotel Red is in Blue und wir sind deshalb hier, weil das Haus im Herbst Gastgeber für eine ganz wichtige Sportveranstaltung ist. Die wird nicht hier stattfinden, aber die Sportler sind hier untergebracht und ich begrüße Reno Thieder. Er ist selber Sportler. Welche Sportart verraten wir Ihnen gleich? Und Monika Knauer. Sie ist eine bekannte Sportorganisatorin im Behindertensport. Wohl die bekannteste schlechthin in Mecklenburg-Vorpommern, Frau Knauer. Sagen wir erst mal Reno, wir können uns duzen. Habe ich auch gelernt. Im Sport wird sich generell geduzt. Genau. Reno, es handelt sich um Goalball. Und bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir ein paar Bilder zusammengestellt, was Goalball eigentlich ist. Also Reno, wir haben es gesehen, Goalball ist eine Sportart, die noch nicht sehr populär ist. Ihr wollt diese Sportart populärer machen und habt dazu eine internationale Veranstaltung hier nach Rostock geholt. Nämlich was genau? Ja, wir werden im Herbst, im Oktober vom 8. bis zum 13. Oktober 20 Top-Teams aus ganz Europa hier in Rostock haben, zur Europameisterschaft im Goalball. Das heißt, die zehn besten Teams der Männer und die zehn besten Teams der Frauen werden hier um den Europameistertitel kämpfen. Und dazu haben wir uns die wahrscheinlich wichtigsten Sportstätten in unserer Stadt ausgewählt und mit der Stadt Halle und der Ospa-Arena. Zwei richtig tolle Sportstätten, wo auch richtig die Post abgeben kann. Wir sind mit den deutschen Männern und Frauen dabei. Mal schauen, wie weit wir es bringen. Wo steht Rostock da? Wo steht Deutschland da? Es geht ja, wie gesagt, um die deutsche Mannschaft. Und du selber spielst im deutschen Team. Ja, also wir sind 2017 Vize-Europameister geworden, sind da gegen Litauen gescheitert. Ein Jahr später war es dann Vize-Weltmeister. Da sind wir in Brasilien gescheitert. Aber zweimal Finale, was natürlich ein absoluter Erfolg für uns ist. Aber klar, wenn man zweimal im Finale war, dann träumt man auch vom dritten Finale. Und wenn man es dann schaffen sollte, dann träumt man natürlich auch mal davon, das Ding dann auch zu holen. Man sieht es nicht, aber du bist beeinträchtigt, was das Sehen anbelangt. Trotzdem kriegt ihr ja nochmal, wir haben es ja im Beitrag gesehen, nochmal alle schwarzen sozusagen Kappen auf, damit keiner garantiert was sehen. Es können auch Menschen mitspielen, die durchaus sehen können. Ja, genau. Also bei uns in Rostock, wir betreiben das eigentlich ganze, das Wort ist ja in aller Munde inklusiv, sage ich mal. Also wir haben 50 Prozent Normalsäne, 50 Prozent mit See-Einschränkungen, so wie ich zum Beispiel. Und bei der Europameisterschaft selbst werden allerdings nur Athleten auflaufen, die eine Sehkraft von weniger als 10 Prozent haben. Genau. Monika, eine solche Veranstaltung muss organisatorisch vorbereitet und betreut werden. Wann kamt ihr auf den Gedanken, euch zu bewerben? Ja, eigentlich war es Reno. Er ist ja so ein Impulsgeber im Verband und natürlich vor allem im Goalballsport. 2017 kam die Idee, wollen wir uns nicht gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband bewerben. Und ja, da es für mich auch nochmal meiner langjährigen Tätigkeit im Verband eine besondere Herausforderung wäre, eine internationale Meisterschaft auszurichten, war ich natürlich auch gleich dabei und auch unser Verband. Ja, und dann wurden die einzelnen Schritte eingeleitet. Wir haben uns beworben oder der Deutsche Behindertensportverband hat sich mit uns beworben beim Internationalen Verband der IPSA. Dann gab es einen Lokaltermin im Dezember 2017. Da haben wir uns gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem IPSA-Vertreter die Sportstätten angeschaut, die Bedingungen hier im Hotel und das Konzept kurz vorgestellt. Und ich glaube da, das hat ja Reno auch federführend mit erarbeitet, dass wir da auch sehr gut punkten konnten und waren dann überglücklich, als die Zusage vom Internationalen Verband dann gekommen ist. Nun ist ja das Reddison Blue, das wissen wir auch kein ganz preiswertes Hotel. Also Sie brauchen Unterstützung für solche Veranstaltungen. Wer unterstützt da? Eigentlich kann dazu Reno noch besser was sagen, weil er ja als OK-Leiter federführend die EM vorbereitet. Also den größten Teil finanziert das Bundesinnenministerium. Es beteiligen sich das Land und die Stadt zu gleichen Teilen. Und dann sind wir natürlich dringend auf Sponsoren angewiesen, die wir auch schon hier in Rostock gefunden haben und landesweit und darüber freuen wir uns auch sehr. Und im Prinzip kann jeder auch mit einem eigenen Beitrag allein, wenn er diese Idee oder diese Veranstaltung in seinen letzten Werken mit bewirbt und dann natürlich zur EM in die Sporthallen kommen, kann sich jeder beteiligen und unterstützen. Ja wunderbar. Reno, nochmal, wie bist du auf die Idee gekommen, das wirklich hier nach Rostock zu holen? Ich meine Monika hat es gesagt, das ist ja wirklich ein Akt, wo auch ganz viel Arbeit und Engagement dahinter steht am Ende. Das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich bin großer Patriot unseres Landes Mecklenburg und ich liebe diese Stadt. Vorpommern bitte dazusagen. Auf alle Fälle natürlich. Also für mich ist es so mein Synonym. Also klar, wenn ich von Mecklenburg rede, dann rede ich immer von Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so. Aber ich war neun Jahre in Hessen. Ich habe da studiert, habe da Sport gemacht und von Jahr zu Jahr wurde die Sehnsucht immer größer. Hier wieder zurück ans Meer, in die Stadt. Wir Mecklenburger und Vorpommern natürlich auch, sind da ein bisschen anders. Ich finde es total liebenswert hier oben. Und ja, in Mecklenburg-Vorpommern immer meine Heimat gewesen und Goldball immer mein Sport. Und mein Traum war es, ich bin jetzt 29, also es geht auch immer in Richtung Karriereende. Mein Traum war es nochmal, meine Heimat und mein Sport, das was so die größten Sachen sind, die mich in meinem Leben, sag ich mal, geprägt haben, gemeinsam auf eine große Bühne zu bringen. Und dann kam eigentlich, dass ein Journalist mich ein Stück weit drauf gebracht hat, eigentlich mit einer Scherzidee. Er hat gesagt, Mensch, Renu, jetzt hast du, du hast die Bundesliga gegründet, du hast in Rostock deinen eigenen Verein gegründet, jetzt die Super-Hippien-Gurbo-League nach Rostock geholt, was kommt eigentlich eigentlich als nächstes. Und da habe ich kurz überlegt, da habe ich zu ihm so scherzhaft gesagt, Europameisterschaft. Und das hat zwei Monate gedauert und dann hat mich dieser Gedanke aber nicht mehr losgelassen, bis ich dann zu Monika gegangen bin und habe gesagt, Mensch du, wir müssen mal reden. Und so kam das Ganze dann ins Rollen. Bei Monika hast du offene Ohren gefunden, wenn man diese Veranstaltung nochmal einordnet, was den Behindertensport in Mecklenburg-Vorpommern anbelangt. Gibt es ähnliche Sportarten, die wirklich jetzt so eine Renommee erobert haben wie der Goalball? Also wenn man an Veranstaltungen denkt, dann eigentlich nicht. Wobei wir in den Schwerpunktsportarten, die wir haben, Fechten, Rollstuhlfechten, Leichtathletik schwimmen. Wir auch schon darüber nachdenken natürlich auch internationale Wettkämpfe hierher zu holen, besonders hier nach Rostock, weil hier auch die Standorte der Sportarten Schwimmen und Rollstuhlfechten sind. Annähernd, zumindest mal so internationale Wettkampferfahrung haben wir auf jeden Fall gewonnen beim Weltcup im Rollstuhlfechten, den wir ja vier Jahre in Malchow organisiert haben und die gesamte Weltspitze in dem kleinen Malchow vertreten war. Und das war schon für uns eine große Herausforderung mit den Möglichkeiten, mit den Ressourcen, die wir haben. Und ich glaube auch schon, das Feedback war zumindest da, dass wir auf sehr hohem Niveau organisiert haben. Aber wenn ich jetzt so begleitend die Organisation dieser Europameisterschaft mitbekomme, kann ich nur meinen allergrößten Respekt zollen vor der Organisation. Das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer und das werden nochmal ganz andere Anforderungen an die Organisation gestellt. Und daher freue ich mich, dass das OK-Team unter der Leitung von Reno so engagiert und mit so vielen Ideen unterwegs ist. Und ich bin fest davon überzeugt, das wird eine tolle Veranstaltung, die auch beste Werbung für den Handicap-Sport in Mecklenburg-Vorpommern sein wird und auch für die Leistungsfähigkeit des Sports hier in der Stadt und in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt nochmal natürlich organisatorische Sachen. Wann geht's los? Wie lange geht's? Wann können die Zuschauer wirklich Goalball hier erleben? Also am 5. Oktober werden alle Mannschaften anreisen. Dann hat jede Mannschaft auch nochmal eine Möglichkeit in jeder Halle zu trainieren. Am 8. Oktober, das sollte sich dann schon mal jeder in den Terminkalender ankreuzen, wird es eine große Öffnungsfeier geben und mit anschließend den Auftaktspielen der zwei deutschen Mannschaften. Erst die deutschen Männer, danach die deutschen Frauen. Das ist in der Stadthalle. Und dann haben wir Gruppenphasentage, K.o.-Phase. Und dann am 13. steigt dann das ganz große Finale. Da werden dann die Medaillen ausgespielt und da wird auch das letzte Ticket für Tokio vergeben. Wir Männer haben das große Glück, dass wir als erste deutsche Mannschaft schon für Tokio qualifiziert sind. Unsere Frauen, die müssen noch, die wollen noch. Und ja, da hoffen wir natürlich, dass wir sie an dem 13.10. dann auch in der Halle sehen werden. Und das dann hoffentlich nicht nur auf der Tribüne, sondern unten auf dem Feld, so wie wir dann hoffentlich auch. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Goalball-Europameisterschaften hier in der Hansestadt Rostock und im ganzen Land haben Sie natürlich die Möglichkeit, nach Rostock zu kommen und diese Meisterschaften zu erleben. Wir verabschieden uns und bringen noch einige Impressionen vom Goalball hier aus Rostock. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.